Glück auf Schalker, der S04 spielt am Freitag um 18.30 Uhr in Ulm und wir wollen uns heute natürlich alle Informationen anschauen. Wie immer zuerst schreib deinen Tipp gerne mal unten in die Kommentare, wie geht das Spiel aus. Vielleicht hat es ja jemand richtig. Als allererstes müssen wir auf die Tabelle schauen und da sind wir tatsächlich momentan Nachbarn. Ulm ist auf Platz 14, zwei Siege, zwei Unentschieden, sechs Niederlagen, macht acht Punkte, zehn Tore geschossen, 13 aber auch erst kassiert. Letzte Woche 1 zu 1 gegen Darmstadt gespielt und da hat man durchaus die Qualitäten, aber auch gesehen, wo es vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch ein bisschen hakt. Auf der anderen Seite die Schalker, oh Mann, Platz 15, zwei Siege, zwei Unentschieden, sechs Niederlagen, auch hier wie gesagt acht Punkte, acht sind wir schön. 19 Tore schon geschossen, damit durchaus gut in der Offensive, 24 schon kassiert. 24, das ist, und das müssen wir mal so gelinde gesagt sagen, brutal mies. Wir haben diese Partie übrigens schon sechs Mal gehabt, sechs Mal, dabei drei Siege für uns, zwei Unentschieden, eine Niederlage. Bei einer Tordifferenz von 9 zu 3 muss man sagen, in Liga 2 gab es das Spiel erst zweimal, ein Sieg, eine Niederlage, bei einer Differenz von 3 zu 1. Und das letzte Mal, dass wir gegen Ulm gespielt haben, ist übrigens tatsächlich noch gar nicht so lange her, zumindest in einem Flechtspiel, meine ich jetzt. Und zwar war das der 22.12.2020. Vielleicht erinnert ihr euch noch, das war die zweite Runde des DFB-Pokals. Das wäre eigentlich in Ulm gewesen, aber das Ding war, damals, ihr könnt euch noch erinnern, Pandemiezeiten, keine Besucher in den Stadien. Damals hat man das Ganze auf die Felddienstarena verlegt, dort wurde damals auf Schalke gespielt und wir konnten, obwohl es eben kein Heimspiel eigentlich für uns war, am Ende mit 3 zu 1 in der heimischen Arena gewinnen und konnten dort weiterkommen. Und muss man dazu sagen, wenn man dann davor guckt, dann ist das schon ewig her. Also in einem Pflichtspiel haben wir schon Ewigkeiten nicht mehr gegen Ulm gespielt, dementsprechend das auf jeden Fall schon etwas her. Wollen wir uns unseren Kader anschauen und ja, jetzt muss man dazu sagen, zum Zeitpunkt der Aufnahme gab es die Pressekonferenz noch nicht. Dementsprechend, welche Spieler ganz genau fehlen, wollen wir mal schauen, denn wir wissen, es gibt einige Spieler, die sind durchaus fraglich. Sanchez ist definitiv nicht dabei, das wissen wir, denn der hat einfach eine rote Karte gesehen, klar. Adrian Gantenbein wird auch immer noch nicht dabei sein. Des Weiteren, Schallenberg wird auch sehr sicher nicht dabei sein. Elino Tempelmann wahrscheinlich auch nicht. Dann weiter geht es mit Moussa Silla, auch da Fragezeichen. Fragezeichen, genauso wie Armin Younes, Ilyas Hamasch. Ihr hört schon, Silla, Offensive. Schallenberg okay, Tempelmann, eher Offensive. Hamasch, eher Offensive. Armin Younes, eher Offensive. Prost Mahlzeit, ne? Kommen wir gleich nochmal bei der Ausstellung zu. Der Schiedsrichter der Partie ist Felix Prigan. Gar keine Gefühle zu, ehrlicherweise. Ich wüsste noch nicht mal, ob der jemals schon ein Schalke 04 Spiel gepfiffen hat. Dementsprechend dem natürlich alles Gute. Trikots, weiß, schwarz, Ulm, Schalke dann im Blau oder in diesem Grau-Blau nenne ich es mal. Aber es macht durchaus Sinn, dass wir dann im Blau spielen. Muss man sagen, der SSV Ulm ist natürlich ein Aufsteiger. Und das merkt man auch. Aber man sieht durchaus auch, die machen sich richtig gut in der 2. Liga. Denn die sind alles andere als Chancenloss. Die sind alles andere als hier hingekommen, um auf gut Deutsch gesagt einmal durchzuspielen und danach wieder runtergeschickt zu werden. Die machen das richtig gut. Und vor allen Dingen, wenn die ihre Chancen bekommen, dann nutzen die die auch. Und gleichzeitig, und das muss man dazu sagen, die sind defensiv richtig abgezockt, richtig gut und haben schon durchaus auch, und das klingt jetzt traurig, aber durchaus auch schon bessere Mannschaften richtig zur Weißglut getrieben. Paderborn, Karlsruhe und andere Mannschaften. Natürlich haben die, wie bereits gesagt, nur 2 Spiele gewonnen und 2 unentschieden. Das ist teilweise aber auch ein bisschen Pech gewesen, muss man sagen. Insbesondere, wenn ich dann erst neulich gewesen an das Spiel gegen Karlsruhe denke, wo man halt in der 94. Minute erst das 1 zu 0 kassiert hat. Das hätte auch durchaus ein Unentschieden sein können. Und dann hätten wir hier von einem anderen Ergebnis, nämlich von einem 2-3-5 gesprochen bis jetzt. Dementsprechend, Ulm ist in der Defensive sehr, sehr gut. Ja, und wir sind gefühlt in der Offensive in den letzten Wochen immer schlechter geworden, was vielleicht eher keine gute Kombination ist. Wie gesagt, aber natürlich dann auf der anderen Seite bei Ulm so ein bisschen das Thema, ist die Offensive da passiert, einfach noch zu wenig. Da müssen wir also durchaus aufpassen und müssen hoffen, dass unsere Defensive ein bisschen besser funktioniert als in den letzten Wochen. Wollen wir natürlich zum Donaustadion kommen. Das wird wahrscheinlich für viele und tatsächlich auch für mich ein neuer Ground sein. Das bedeutet, noch nie da gewesen. Dementsprechend viele Dinge, die man erstmal sich mal anschauen muss, ist natürlich ein brutal geiles altes Stadion. Da habe ich richtig Bock drauf. Hat natürlich für die Gäste nur einen Stern. Dementsprechend das halt erstmal bedacht. Wichtig, auf der Auswärtsinfo-Information vom S04 wurde gesagt, für eine optische Option soll jeder 5 Euro mitbringen. Was auch immer es dann am Ende ist. Auf jeden Fall vielleicht mal dabei haben. Die Info, Parkplatz ist gebührenfrei tatsächlich, aber ich musste ein bisschen lachen, denn auf diesem Parkplatz gibt es 160 Parkplätze. Prost Mahlzeit, ne? Ja, es gibt noch andere, dementsprechend kein Thema, aber trotzdem. Und gleichzeitig bedenken, Freitag 18.30 Uhr, wahrscheinlich unter anderem über die A3, fahrt frühzeitig los. Das bedeutet nicht Last-Minute ankommen, weil dann kommt er gar nicht an, beziehungsweise zwei Stunden zu spät, zwei Stunden nach Apfel, so ungefähr. Das ist auf jeden Fall eine spannende Sache, auf die ich richtig Bock habe. Donaustadion, ja. Ich glaube, ich brauche nicht viel zu sagen. Für viele neu, für viele aber natürlich auch so ein Stadion. Da will man unbedingt mal hin. Ich meine, wir waren ja erst Dienstag, sind wir da dran vorbeigefahren. Dann machen wir das eben jetzt nochmal. Gehen wir zur Aufstellung. Und ach, was soll ich mittlerweile sagen? Ganz im Ernst. Nach der letzten Aufstellung weiß ich sowieso nicht mehr, was Kees van Wonderen am Ende des Tages machen wird, weil nach der Augsburg-Aufstellung, da bin ich ein bisschen verunsichert, was der da eigentlich für Ideen hat. Justin Hekerin wird auf jeden Fall nochmal im Kasten stehen, das ist ganz klar, denn auch der bekommt sein zweites Spiel. Ja, der hatte halt durchaus Pech auch, muss man dazu sagen, im Spiel gegen Augsburg, dieser erste Ball. Da machst du als Torwart halt überhaupt nichts, siehst aber komplett mies aus, dementsprechend bitter. Müssen wir in die Innenverteidigung gucken, denn Sanchez fällt ja aus, das wissen wir. Und jetzt gehen uns langsam die Alternativen aus. Entweder man spielt mit einer Dreierkette zum Beispiel, oder man setzt halt Kaminski ein, was ich mir nicht wünschen würde. Ich habe mich jetzt hier einfach mal für die Viererkette mit Wasinski in der Innenverteidigung entschieden, kann mir aber auch vorstellen, dass man eventuell Bulu tatsächlich in die Innenverteidigung packt und dafür einen Aydin als Rechtsverteidiger einsetzt. Durchaus möglich, ist jetzt nicht die optimale Lösung, aber wäre halt eine Alternative, weil auch sowas wie ein Ron Schallenberg, wenn der wahrscheinlich dann nicht fit ist, kann der halt auch nicht in die Innenverteidigung rutschen, wird dann durchaus schwer. Ich habe mich jetzt hier, wie gesagt, für Derijon Merkel natürlich links entschieden. Daneben dann eben ein Buluat auf der rechten Seite und in der Mitte dann ein Kalas und auch dazu eben ein Wasinski. Man muss schauen, ein Kalas war ja auch teilweise zumindest mal so ein bisschen angeschlagen. Mal gucken, ich hoffe, das funktioniert. Und dann gehen wir weiter nach vorne. Da müssen wir halt schauen, wird es ein 4-4-2, wird es ein 4-3-3, sowas in der Art auf jeden Fall. Ich habe mich jetzt dann eben noch für Bachmann, Seguin, Grüger entschieden. Ja, Seguin gefällt mir in letzter Zeit ehrlicherweise nicht, aber um so ein bisschen vielleicht die Offensive zu beleben und auch hart gesagt, aber so ein bisschen aus Mangel an Alternativen, gehe ich davon aus, dass der spielen wird. Und dann halt weiter noch nach vorne geguckt, habe ich mich jetzt hier noch für Karaman, Moor und Aydin entschieden. Im Gedanken, dass unter anderem Musa Silla eben ausfallen wird, sollte der irgendwie spielfit sein, ja dann unbedingt reinsetzen, natürlich ist er ganz klar. Ansonsten Aydin, den kann man dann wie gesagt auch vielleicht ein bisschen tiefer nochmal sehen. Ich kann mir einfach nur vorstellen, dass er spielt, weil er halt unfassbar viel macht. Der rennt und läuft und ackert und macht und tut und deswegen sehe ich halt einen Memo Aydin noch irgendwo auf dem Platz und ehrlicherweise auch deswegen von einem Anton Donkor, weil ein Donkor, der macht halt nicht mal das Laufen so richtig. Dementsprechend das vielleicht hier am sinnvollsten, aber schreib deinen Tipp gerne mal unten in die Kommentare. Wie würdest du die Ausstellung setzen? Wo hast du vielleicht einen anderen Spieler? Schreib es gerne mal rein. Klar, ich kann mir auch vorstellen, irgendwie einen Mauro Salazar einfach mal die Chance zu geben. Wird das einen Käse von Wunderern machen? Ich glaube eher nicht. Schreib deinen Tipp auch zum Spiel gerne unten in die Kommentare. Und wo schaust du das Spiel? Bist du im Donaustadion? Bist du zu Hause? Schreib alles rein und dann sehen wir uns beim nächsten Video.